So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space. Ich musste, weil ich in der letzten Folge sehr wütend gewesen bin, habe ich einfach ausgemacht und ja, somit konnte ich nichts speichern und ich musste gerade die Ankunft auf diesem Planeten alles nochmal spielen. Oder seit der Ankunft auf diesem Planeten musste ich alles nochmal spielen. Das habe ich jetzt mal rausgeschnitten. Ich habe jetzt hier auch diese widerlichen, ekelhaften, verdammten Scheiß-Drecksviecher, so möchte ich sie mal nennen, gerade erledigt. Also geht es hier eigentlich auch direkt weiter. Gut. Ich hatte mir jede Menge Munition gekauft. Schnauze! Jetzt rede ich! Damit mir das selbe Schicksal nicht wie in der letzten Folge ereilt. Ja. Ich glaube, ich müsste hier alles voll haben. Ja, ja, alles voller Munition hier. Leider habe ich nur noch einen Medi-Pack. Aber na gut. Irgendeiner schreit doch hier noch. Ich gehe mal kurz gucken, ob da nicht doch noch einer lebt. Ich glaube aber nicht. Also zumindest keine von diesen beiden Bastarden da. Da ist ein Shop. Schön. Ist auch ein Speichelpunkt. Ich hoffe, er ist. Ich nähere mich vorsichtig. Ja. Das war in der letzten Folge so eine beschissen Szenen, wenn man besonders... Oh, ein Medi-Pack. Wenn man keine Munition mehr hat. Ist man natürlich total aufgeschmissen. Ach ja. Und ich habe diese Drecks... Heute sind echt viele... Ich fluche heute echt viele Schimpfwörter. Ich habe, äh, wie auch diese Waffe mitgenommen. Ich habe diese verfluchte Laserkanone... Was? Hat dir einer was gesagt? Ich habe diese verfluchte Laserkanone zurückgelassen. Und stattdessen habe ich die Strahlenkanone mitgenommen. Also ähnlich wie der Plasmakatter. Naja. Ich hoffe, sie leistet mir bessere Dienste. So, jetzt muss ich mich hier erstmal umgucken. Und zwar nach einem Speicherpunkt. Da ist schon einer. Ich sehe schon einen. Gott sei Dank. Ja, damit... Okay, jetzt gehen wir kurz hier zu den Schränken mal. Ah, hier. Munition on mass. Na ja, ja. Ähm... Verdammt. Kann ich... Nee, ja. Na, verdammt. Ich würde eigentlich nichts zurücklassen. In der letzten Folge war es so echt mies gewesen, dass ich keine Munition mehr hatte. Und es war auch schon sehr spät. Muss ich zugeben. Es war schon nach einem Umgangs, glaube ich. Bin mir gar nicht nur so sicher. Ja, toll. Da lässt natürlich die Konzentration nach. Ne? Ich gehe mal kurz zu dem Shop. Ich glaube, ich habe noch einen Halbleiter dabei, was ich verkaufen kann. Da werde ich noch ein paar Medipacks mitnehmen oder sowas. Inventar? Hier, Halbleiter Rubin. Na, 10.000. Verkaufen. Genau. So. Noch etwas verkaufen? Ich glaube nicht. Ich habe drei Stück. Einen... Oh, verdammt. Einen wollte ich auf alle Fälle mitnehmen. Kurz. Jo. Jo. Ich glaube, mein Inventar ist auch voll. Wirst du voll sein. Ja, leider. Kann man hier nicht überstapeln noch? Schade. Na ja, okay. Gut, speichern. Speichern ist ganz wichtig. Nochmal habe ich hier auf diesen Kack echt keine Lust. So. Im Grunde genommen war das hier eigentlich auch total einfach. Es war letztens bloß irgendwie, ich weiß nicht, es war spät. Ich war unkonzentriert. Die Munition ging zu neise. Die Laserkanone war scheiße. Die Viecher wollten nicht sterben. Und ach, es kam so viel zusammen. So. So. Ich nehme an, wenn ich hier die Brücke hochmache, gibt es gleich wieder Besuch. Wieso funktioniert die Brücke, die Brücksteuerung nicht? Warum? Achso. Ich glaube, ich muss hier... Kann das sein, dass er es in Tür zu machen muss? Nee. Nein, habe ich ja gemacht. Ja, hier müssen wir langt. Das ist richtig. Aber die Brücksteuerung funktioniert gerade nicht. Okay, hier ist noch ein Wurm. Eintritt Schwerelosigkeit. Scheiße. Eintritt Schwerelosigkeit. Machen wir anders. Mach's. Oh, ist noch auch so gut. Ich schieße die mal da. Oh nein. Oder ich schieße die mal in den Raum. Vielleicht kann ich sie später nochmal mitnehmen. Ist sie vielleicht nicht völlig verloren. Oh oh. Ist hier schon überall Arme rumliegen? Gefällt mir gar nicht. Ist immer ein schlechtes Zeichen. Abgetrennte Arme sind immer schlechtes Zeichen. Wenn ihr mal irgendwo abgetrennte Arme seht, lauft was das Zeug. Okay. Kein Wunder, dass ich hier nie Munition habe. So viel, wie die Viecher gerade aushalten. Toll. Ich hätte gerade gerne... Quatsch, was soll ich sagen? Ich hätte gar nichts zu verkaufen brauchen. Wenn ich genau was finde. Weil ich dachte, ich muss mit dem Marker weiter. Und dann gibt's gleich wieder... Ärger. Und dann hätte ich wieder alles verschossen. Und dann hätte ich wieder da gestanden. Oh, ich könnte hier auch bisschen rumfliegen, glaube ich. aber es lasse ich nur sein hast du gedacht da isaac wer damit so anscheinend wurden hier ein paar leute durch den ventilator zersiedelt ok muss ich wohl dort Ah, kann ich noch was nachladen? Ich glaube nicht, ich habe schon alles gemacht. Das ist jetzt echt ärgerlich. Es gibt übrigens ein paar Crattles. Ah, na toll. Na toll! Ich glaube, ich sollte hier raus. Ist hier eine gute Tür? Die Ventilatoren gehen an. Die Ventilatoren werden gestartet. Okay, sie sind jedenfalls nicht so stark, dass sie mich sofort reinziehen. Also tastet mich mal langsam ran. Ich denke mal, dass sie eine Stase werden, die anhalten muss, um durchzukommen. Die Frage ist, wie weit kann ich jetzt hinfliegen? Kann ich hier vorne reinspringen? Oh, da bin ich davon angesorgt. Wir werden es erfahren. Okay, also doch so. Schnell weiter, schnell weiter. Ja! Du kommst gerade total in die Liste. Freundchen. Aber nicht ein kleiner Buss! Boah, es ist ein kleiner Buss! Mal hier! Aber es ist ein kleiner Buss! Ja, es ist kein kleiner Buss! Ah, das ist mein kleiner Buss! Ich glaube, das geht noch zu punkten. Ich dachte, ich bin jetzt im Ventilator. Guck mal, da habe ich noch ein Bedeckung. Kann ich es vielleicht eins nehmen? Ja, perfekt. Natürlich! Natürlich! Das ist meine Stase, natürlich. Die ganze Zeit, ich setze die Monster nicht ein, und jetzt den Weg zurück. Oh! Das auch? Ich glaube nicht. Wenn er jetzt durchkommt. Großartig! Großartig! Wir schalten... ... 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 Ich bin zurück. Oh nein, noch ein großes. Ich kann doch nicht zurücklassen. Ist das ein Mustasefall? Scheiße. Aber andererseits... Ich könnte es auch so machen. Wir nutzen. Jetzt nehme ich das wieder mit. Und dann geht es auch noch. Immer noch Passation. Das Ganze lassen. Ach die Scheiße. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, 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 ja. Ist hier bloß eine oder sind hier zwei? Ich beteste manchmal die Waffe. Ja. Ja. Aber wir werden noch daneben. Okay. Dann kann ich ja noch von Händen eingehen. Oh. Oh. Immer ruhig. Oh. Der Junge hält ein bisschen mehr aus. Aber dann doch wieder nicht so viel. Okay. So. So, so, so. Also. Genau was will ich haben. Also. Die Waffe hat jetzt bei dem Vieh auch nicht so doll. Wirkung gezeigt. Muss ich sagen. Sowas habe ich denn hier noch. Ähm. Den benutzen. Ich habe zwei Plätze frei. Ich hole mal auf alle Fälle nochmal Plasma-Energie aus dem Shop. Ja. Ähm. Äh. Der Dip. 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 Habe ich hier noch was zu verkaufen? Nein. Geh her mit der Plasma-Energie. Jetzt kostet es schon 1300. Hier hat man 900 gekostet. Kann das sein? Der Dip. Der Dip. Der Dip. Einmal mit dem Ding da weiterfahre. Aber ich noch mal den hier. Na, wo bleibt ihr? Keiner? Wer schreit denn hier immer noch? Ich hab das schon erlebt. Hä? Habe ich den nicht vorhin schon erschossen? So, vielleicht ist das Ding wieder da ein bisschen gut. In der Versenkung. Ah, das Spiel zieht sich auch echt in die Länge. Mann, Mann, Mann. Was erwartet uns hinter Toren Nummer 3? Dasselbe wie in allen anderen Toren. Alter, wie weit geht denn das noch? Boah. Oh. Ich steu einfach mal ganz ehrlich. Oh. 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 Gut. Vor allem normalerweise ist alles automatisiert. Nur das hier nicht. Keine Gegner? Was ist los? Na gut, egal. Was erwartet uns in der Tournummer? Fünf? Nee, vier. Fünf? Ich weiß gar nicht so genau. Ich weiß bitte nicht mehr. Es sind zu viele hier. Oh, wir sind am Ende. Gott sei Dank. Äh, was? Was? Was ist das denn? Screenshot. Einfach nur so. Ähm, ja. Gut, kann ich hier nochmal kurz speichern? Geht das? Ist das wirklich? Ich glaube nicht. Das Spiel gönnt mir auch gar nichts. Ich würde gerne den hier machen. Bevor die neben mir... ...irgend so ne komischen Monster ankommen. Und die zum Leben erwecken. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Kann ich mich hier treffen? Ich glaube... Der Weg ist ... Was? 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 Wir sind Hawaii! Warte! Ich denke mal die Arme wachsen bestimmt wieder nach, oder? Das ist mir da hinter mir. Oh Mann! Schnauze! Ich muss jetzt mal alles einsammeln. Jetzt übernehmen wir wieder Munitions- Ah, das ist schwer. Oh Mann! Ich glaube ich darf hier nicht stehen bleiben. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Oh Mann! 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 Vier Vers geht es mir rein. Lass mich mit! Lass mich mit! Alles klar! Achso, ich dachte gerade, ich muss da drinnen noch was aktivieren. Geh mal nur zu. Geh jetzt gar nicht schnell. Ohne Beine, nützt ihm das alles nichts. Ich habe gezweifelt die ganze Zeit. Wir sind ganz. Ich sollte mal ein Stück zurück gehen, wa? Notfall. Bio-Orbitale Schwerkrafthalterungen offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. Sofort in Sektorräumen. Tja, ich habe nichts dagegen, ich brauche hier gerne ab. Kann ich mich kurz zurück wagen, um noch Munition einzusammeln, falls hier irgendwas passiert? Irgendwas Unvorhergesehenes. So, das ist nachgeladen. Verbundet das Ding so tief ihr könnt. Ok. Die Kontaminationszukluss aktiviert. Was ist? Weiß. Ein medic. So ist doch nicht im Ernst wie blau, ich würde einen Messer Orleans. Es kann hier nicht verhindern. Der Motor kommt hier nicht. Nur eine Schande. Ich nehme Dauer, die zu nöden. Auch wenn er nicht ganz richtig im Kopf zählt. Ich war uns bestell. Lass uns nicht. Bäh dich doch nur an. Oder wir brauchen dich. Gehe das Video von der Kunde an. Und diesmal sollten du es bis zum Ende kommen. Alter. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Jetzt hat mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es kommt zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Jetzt endlich läuft es doch auf dieses ein und ein Ding hinaus. So ein kleines Ding. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Was hat sie getan? Sie hat sich diese Scheiße selbst injiziert. Wirklich? War sie auch einen vor diesem Gläubigen? Isaac, fest sich am Kopf. Ich kann es nicht glauben, was sie sind. Siehst du? Ja, ich bin. Du bist des Gastes gestört. Wie kein Wiel wie der Captain. Nicole ist schon lange zu uns. Ich weiß, habe ich schon mitgekriegt. Was immer du gesehen hast, wurde davon hervorgerufen. Ich weiß, ja. Du warst eine Schafffigur. Aber keine Sorge. Es ist jetzt in dich. Oh nein, die fährt mit dem Ding zurück. Die ganze Arbeit umsonst. Die ganze Arbeit umsonst. Die ganze Arbeit umsonst. Mensch. Ich würde einen Sprechepunkt bevorzugen. Jo, die Musik heißt nichts Gutes. Ich würde mal sagen, wenn ich mich so umschaue, wir bereiten uns gerade auf das Finale vor. Das wirklich absolute Finale. Ja, dann gut. So, hab ich alles nachgeladen. Ich glaube, ja. Wo kommen wir hier hin? Und in die Kontrollraum. Kontrollraum und Unterklufte. Ach, hier sind wir wieder. Hier habe ich ja angefangen. Genau. Ähm. Strahlen, Strahlen, Munition, 666. Brennstoff, Projektile. Knoten haben wir noch vier. Ich muss noch kurz ins Bettal gucken. Ich würde ganz gerne noch ein paar Medi-Packs mitnehmen, aber, äh, ja. Sieht ein bisschen schlecht aus. Ich habe noch vier Energieknoten. Die kann ich dann jetzt ja auch verballern. Gucken, was man da noch so machen könnte. Könnte vielleicht auch mal die Energie ein bisschen erhöhen. Eins, zwei, drei, vier. So, von mir aus also. Das meine ich relativ egal. Hier haben wir noch, äh, nachladen. Tempo, äh, naja. Hier hatten wir noch nachladen und kapazität. Nee, geht auch nicht. Kapazität für den Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt nutzen können noch. Kapazität erhöhen. Ich würde schon, ich würde schon fast da jetzt. Sieben, na wow, geil. Eine mehr. Das ist echt lächerlich. Nee, ich lasse mal die Stasi-Packs hier. Die verkaufe ich. Ich nehme lieber noch zwei Medi-Packs mit. Oder eins. Je nachdem, wie viel ich kaufen kann. Und dann her mit dem Medi-Pack. Äh, ein großes oder ein kleines? Ich nehme mal zwei Mitteldinge. So. Ich hoffe, das war kein Fehler. Puh, dann geht's jetzt wohl los. Ich denke mal, uns wird noch ein riesengroßes Monster erwarten. Ich bin. Komm, hier! Ich bin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Häh, halt dich, halt dich! Hahaha! Was hast du denn? Hahaha! Ich zieh dir recht! Oh ja, kommt die Stimme! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Wackele ich so! Kann er sich zielen! Okay, das funktioniert schon mal nicht gut. Ich versuch mal den hier. Okay, das ist gut. Ich laufe mal mit zu. Oh, ich komm hier gleich weg! Der Astromit kommt auch schon runter. Warte! Scheiße! Mein besteränder! Er hat mich! Er hat mich! Er hatte eine Treppe! Ich glaube, es geht schief. Er blutet die Flaxen. Was geht los? Das ist sehr schwer zu ziehen. Oh nein, ich glaub das war's. Au, man hat zu lachen. Die haben gerade die Flügel gespacht. Wenn ich die Flügel bin. Aber die Flügel durch fleece. Zangehen, statt die Flügelideoamin. Wenn ich weiss, wo ich hinschießen soll. Ah, wo geht's los? Das tut's alles gar nichts. Scheiße. Scheiße. Das hast du mir zu machen. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße drogen. Die Scheiße drogen. Die Scheiße drogen trinken schabbeln. Sie sind sie, sie sind sie. Der Asteoblid kommt trotzdem. Habe ich das Gefühl gerade echt geschafft? Ich hatte mir das gerade ein bisschen schwerer vorgestellt. So, wo muss ich lang? Warte. Wir müssen natürlich fliehen, was auch sonst? Welche dumme Frage, wie wir müssen belangen. Starte das verdammtischer Shuttle-Isaac. Dieser Asteoblid, der müsste ein Planetenkiller sein. Oh Gott sei Dank. Endlich vorbei. Jetzt brauche ich eine Psychotherapie. Hat sich Isaac gerade gedacht. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Hat er sich das gerade eingebildet? Ich weiß es nicht. Dead Space AE Redwood Shore Production. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich fand das Spiel total geil. Es hat so eine geile Atmosphäre erzeugt. War echt der Hammel. War ein bisschen schade zum Schluss, dass es so in Länge gezogen wurde. Irgendwie, es war alles ein bisschen Unsinn, fand ich. Hätte nicht sein müssen, aber okay. Im Großen und Ganzen war es ziemlich geile Spiele. Irgendwann werde ich dann mal den zweiten Teil spielen. Ich weiß noch nicht wann. Mal gucken. Aber da freue ich mich drauf, weil den zweiten Teil kenne ich nämlich gar nicht. Und an dieser Stelle sage ich dir mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann mit meinem anderen Let's Play. hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Bis 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 dann.